Das Schneechaos im Süden haben wir gerade hinter uns gelassen und das normale Leben fängt wieder an zu funktionieren. Jetzt kommt aber das nächste Chaos auf uns zu und es besteht wieder Unwettergefahr, weil es zu gefrierenden Regen kommt. Und das wird gerade Dienstagfrüh eine richtig glatte Angelegenheit. Und das ist kein Wunder, denn die Temperaturen sinken in der bevorstehenden Nacht, gerade auch wieder im Süden teilweise auf rund minus 10 Grad. Die Böden sind gefroren, jeder Regentropfen gefriert und dieser Regen ist auf dem Weg. Anfangs ist der Schnee, dann geht das den Regen über. Franken ist betroffen, Teile auch von Hessen und in Richtung Nordosten wird das dann mehr und mehr der Schnee. Dann entspannt sich auch hier die glätte Situation ebenfalls aus Westen, weil es hier dann deutlich milder wird. Schauen wir uns mal den Fahrplan an zum späten Abend und in der Nacht zu Dienstag. Dann von Hessen in Richtung Franken, Ost-Württemberg runter bis in Richtung Allgäu und Schwaben sind davon betroffen. Und zum Dienstagfrühen Morgen dann auch zum Berufsverkehr wieder Teile von Bayern, Teile der Mitte bis in Richtung Erzgebirge. Bitte nicht unterschätzen, das wird so glatt. Jeder Regentropfen gefriert und dann hat man keine Chance mehr, das Auto zu lenken. Knallt dann im schlimmsten Fall gegen die Leitplanke oder gegen das nächste Auto. Da sind ja auch schon ganz schlimme Unfälle in der jüngsten Vergangenheit passiert. Also Dienstagvormittag noch die Glatteizgeschichte in Richtung Südosten, dann Kurzwetterberuhigung im Südwesten. Im Norden schneit es weiterhin, das auch am Nachmittag, bevor das auch hier teilweise in gefrierenden Regen übergeht. Und die Temperaturen dazu, dauerfrostig im Nordosten und Südosten, im Westen wird es dagegen schon deutlich milder.